So, wir haben uns gerade den Stern geholt. Jetzt fragt er uns schon wieder, ob wir speichern wollen. Wir sagen einfach mal, nein! Und wir gehen direkt weiter. So, hier haben wir eine neue Galaxy. Und zwar die Kanonenflotte. Was machen wir dort? Mal schauen. Wir machen Strahl, Strahl, Strahl. Wer hätte das gedacht? Aha. Und da ist der Stern. Oh. Den hol ich mir. Yes, yes, yes. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Komm her, ich muss dir was zeigen, bäm, komm, tritt den weg, man, dreh dich, man, du, Arschgeil, komm her, boah. Das hätten wir, und weiter geht's. Bille, 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 bille. Was ist da oben? Nix, 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 nix. Bille, bille, bille. Oh, oh, oh. Fuck. Oh, shit, mamma mia. Oh, komm, mach. BÄM! Oh ne, ne, ne! Hä, muss ich nicht so? Doch! Ich musste jetzt so schnell wie möglich probieren. Oh! Klapp! Los, los, los! Oh, perfect! Oh, oh, oh! Okay. Nein! Das gibt's doch nicht! Oh Gott! Nee! Oh! Das ist eine Kacke soweit. Jetzt aber nicht sterben. Ich versuch's. Okay, so. Das hätten wir. So, weiter nach oben. So. Jetzt machen wir wieder den Fahrrad-Sprung. Fahrrad-Sprung. Backflip Was ist eigentlich da? Nichts So, und jetzt Was muss ich denn jetzt machen? Willst du springen? Wie kommt der denn da hoch? Der kommt doch gar nicht da hoch Schon wieder Verdammte Scheiße Ich krieg die Krise Das ist doch kacke, Leute Mann Hauptsache Ich muss mal ein Leben kriegen Komm, mach, mach Boah, du Motherfucker, Mann Der will nicht machen, was ich will Der soll geräuschen, verdammt Geht doch Geht doch Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss Ich hab die Krise Aha. Geh doch da hoch, Mann. Wer bin ich da hoch? Könnt ihr das sehen? Geht doch. Boah. Boah, verdammte Scheiße. Das ist kacke. Kacke ist das. Boah. Um Gottes willen, ich hab's geschafft. Oh shit, oh shit, oh shit. Boom. Mach boom. Was ist das denn? Oh shit. Team Dunk. Boah, einfach weg, einfach weg, bam. Egal. Ich glaub, wir sind fast da. Ich glaub, diese Strahlen dürfen mich nicht treffen. Ja, bestimmt. Mhm. Okay. Dieser Flip. Was ist er denn? Was muss ich machen?